Jo, lebt uns zur weiteren Folge auf eurem Kanal, Leute. Und ja, Leute, heute ist wieder ein neues Video. Und so geht es heute mal eine neue Challenge, beziehungsweise heute ist mal Challenge Time. Ja, ich habe mir auf jeden Fall eine Challenge überlegt, die wir heute in dieser Runde spielen können. Und zwar heißt die Challenge, dass wir uns nicht durch Medi-Packs oder durch Shield-Rank oder so hoch healen können. Also wir dürfen auf jeden Fall keinen Shield-Rank benutzen. Wir dürfen keine Minis benutzen, wir dürfen auch keinen Medi-Pack benutzen, um uns zum Beispiel zu healen. Wir dürfen alles, was wir benutzen dürfen zum Healen, sind Pilze und Äpfel, Leute. Ja, das sind die einzigen zwei Sachen, mit denen wir uns heilen dürfen. Das wäre einfach eine relativ spannende Runde, weil die meisten Waffen hier schon relativ viel Damage machen. Und in Solo meistens viele gehen eigentlich von nur reinschwitzen. Und deshalb natürlich Heal jetzt schon relativ geil wäre, aber wir jetzt ja kein Heal benutzen dürfen, außer natürlich Pilze und Äpfel, Leute. Sonst dürfen wir alles verwenden, also wir dürfen mit Drohnen looten, wir dürfen Gegner töten, wir dürfen den Loot von Gegner natürlich aufheben. Außer natürlich den ganzen Heal. Und ja, wir haben natürlich schon mal ne Blau Pump, was natürlich jetzt schon mal stark für den ganzen Anfang ist. Und natürlich ne Grau SMG. Und wir schauen auf jeden Fall noch, dass wir hier ne Droh oder sowas bekommen und ein bisschen mehr Loot bekommen. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal einen Slurp, den wir natürlich nicht mitnehmen dürfen. Wir dürfen natürlich die Sachen aufheben für den unabsichtlichen Fall. Oder falls wir jetzt unabsichtliche Sachen aufheben. Aber nehmen dürfen wir sie auf jeden Fall nicht passiv verspielen. Oder passiv könnten wir schon spielen, Leute. Passiv wäre vielleicht sogar geil. Okay, wir haben auf jeden Fall hier schon mal abgeballert. Wieso? Auch immer oder von wo auch immer. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob der Gegner, der vorne war, irgendwas damit zu tun hatte. Kriegt der jetzt von mir oder... Wo war ein Gegner, der mich jetzt gerade abgeschossen hat? Ah, da vorne ist der. Da haben wir ihn. Da haben wir den Gegner, der mich abgeschossen hat. Der kriegt jetzt schon mal einen kleinen Abreiber, Leute. Der kriegt jetzt schon mal richtig eins ins Mull, würde ich mal sagen. Weil der mich jetzt anstichst, Junge, während meiner Channel ist, das geht ja gar nicht, Leute. Der hat auch eine schöne Sniper gehabt. Die können wir jetzt auf jeden Fall schön gönnen. Okay, dafür... Okay, du weißt, wir haben auf jeden Fall schon ein bisschen... Okay, Boys, wir haben ihn auf jeden Fall bekommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er hat auf jeden Fall mega Loot gehabt. Er hat eine Ska gehabt. Und eine scheiß Sniper. Das müssen wir mal machen. Eine Ska und eine Sniper in dem Early Game. Das ist natürlich krass. Ich wurde auf jeden Fall jetzt schon von anderer Seite abgeschossen. Von wo auch immer, Leute. Ein Kill haben wir auf jeden Fall schon. Okay. Ich habe auch keine Ahnung, von wo wir die ganze Zeit abgeschossen werden, Boys. Ich habe keine Ahnung. Ich würde mal sagen, Bandagen können wir ja nicht mitnehmen. Ich würde einfach mal... Ah, da vorne. Boys, wir haben noch 19 AP. Okay. Wir dürfen jetzt nicht so wirklich herumspielen in unserem Leben. Was wir machen dürfen. Wir dürfen uns hier in der Port fortbauen. Und dürfen somit versuchen, hier abzukampen. Ich kriege hier Sturzschaden. Ich bekomme keine Sturzschaden. Ich habe ihn gerade gehört. Was ist sein? Da ist er, da ist er, Boys. Ich höre ihn. Oder ich sehe ihn, besser gesagt. Okay, er versteckt ja immer wieder die ganze Zeit hinter mit dem scheiß Stein. Was natürlich jetzt anstrengend werden kann. Ich gehe wieder auf jeden Fall nur zu diesen scheiß Äpfeln, Boys. Ich gehe nur zu den Kack-Äpfeln. Fuck, Boys. Fuck. Ich brauche nur die Äpfel. Okay, Boys. Ich bin auf jeden Fall jetzt weg vom Gegner. Wie schon gesagt, waren die Äpfel. Habe ich ja auch am Anfang schon erwähnt. Dass wir ein paar Äpfel uns jetzt hier ein bisschen gönnen. Ich hoffe, der Gegner kommt jetzt nicht irgendwie von hinten und überrascht mich oder so. Ist okay. So viele Äpfel liegen jetzt hier auch nicht. 27, 26 Gegner liegen hier noch. Medipack ist da. Ich weiß gar nicht, ob der... Boys. Wo ist der Gegner? Fuck, fuck, Boys. Oh mein Gott, Leute. Ich bin gerade schon ein bisschen... Angespannt. Weil der Gegner geht mir... Ich glaube, er kann bauen. Er kann... Sachen bauen. Aber ich glaube, er hat Angst, weil ich auch ein Skin drin habe. Dass ich ihn hier ein bisschen töten werde. Ich glaube, er ist unter... Er ist unter meiner... Unter meinem Ding. Okay, Boys. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, Junge. Was ist denn heute mit mir los? Boys. Boys. Es ist... Dass ich den gerade bekommen habe, war ja... Das ist ja mega luck. Okay, wir können jetzt hier nochmal die Äpfel. Ich glaube, er hat mir nur 10 Damage gedrückt. Ich war... Ich war fast zu One-Hit, Boys. Okay, Gold-Raketenwerfer. Meine Fresse. Ich glaube, er ist nicht schlecht. Ich glaube, er ist nicht schlecht. Er hüpft die ganze Zeit herum. Versucht nicht getroffen zu werden. Der ist auf jeden Fall nicht schlecht, Boys. Er ist auf jeden Fall nicht schlecht. Jupp. Da habe ich ihn mal gehittet. Ich glaube, er wollte einen kleinen Golf machen. Ich glaube, das war gerade sein Fehler. Dass ich ja mit dem Golfball schießen wollte. Okay. Meine Fresse. Er hat auf jeden Fall gerade HP verloren. Ich glaube, er hat Heal. Ja, Boys. Ich hau einfach ab, Boys. Ich hau einfach ab. War für mich ein geiler Hit. Ich wollte eigentlich eigentlich Headshot treffen. Aber es war wohl nichts mit dem Headshot. Ich wollte eigentlich auf jeden Fall einen weggesnipet. Fuck, Boys. Fuck, Boys. Jetzt hat er den Loot. Nein, Leute. Was war denn das gerade für ein Move? Dass ich ihm dann auf jeden Fall die Chance gebe. Er hat mich mal mit gesehen, ja. War kacke gerade. Er hat mich gesehen, Boys. Er hat auf jeden Fall Raketenwerfer jetzt. Okay, Boys. Er ist tot. Er, 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 Boys. Ich hab ihn. Ich hab ihn, Boys. Oh mein Gott, Boys. Oh mein Gott. Ich hab ihn bekommen noch. Okay, er hat auf jeden Fall zwei Raketen. Das ist natürlich relativ geil. Er hat auch ein paar Ressourcen gehabt. Fuck, Boys. Okay, hier liegen auf jeden Fall keine Äpfel. Keine, keine Pilze, keine Äpfel. Ich glaub, oh ja, in der Region kann auf jeden Fall ein paar Äpfel liegen. Okay, ich kann jetzt nur auf Ressourcen. Ich brauch, bin One-Hit, Boys. Bin One-Hit. Ich glaub, er ist nicht, ist er so gut? Ich weiß gar nicht, ob er so gut ist. Okay, er hat auf jeden Fall so ein Startup-Paket drin. Meine, meine, meine. Können wir gerne nochmal hier ein Like da lassen, falls euch bis jetzt hier die Folge gefallen hat. War auf jeden Fall mega spannend, Boys. Loot-Job ist da. Aber wenn wir den nehmen, ist halt unlogisch. Den zu nehmen ist halt unlogisch, weil wir uns eben nur verraten, unsere Position. Mehr können wir mit diesem Loot-Job eigentlich nicht erreichen. Hier dürfen wir nicht nehmen. Loot könnten wir nehmen. Aber wir haben eh schon eine Scar, Raketenwerfer und eine Sniper. So viel Besseres können wir jetzt auch nicht rauskommen, Boys. Das Einzige, was hier rauskommen könnte, ist ein Chak-Chak, den wir eh nicht benutzen. Das war der Gegner von vorher, Boss. Das war der Gegner von vorher. Marvin. Hab keinen Damage bekommen. Hab keinen Damage bekommen, Boys. Okay, Boys. Okay, Boys. Fünf Kills. Fünf fucking Kills. In so einer Scheiß-Situation. Kein, kein Heal. Okay, das war glaube ich der F1-V4. Wie viel gesagt, der war glaube ich nicht wirklich gut. Aber da oben hat mich jemand abgesnipet. Ich hoffe, wir kommen jetzt nicht irgendwie runter oder versuchen mich zu pushen. Da ist ein Non-Skin. Das ist der letzte Non-Skin. Oder einer der letzten Non-Skins, könnte man sagen. Wir haben hier Minis, die wir nicht benutzen dürfen. Ich glaube, er hat mich in keinster Weise gesehen. Das wäre ein Gottes Segen. Werden wir mal ein bisschen wert. Okay. Er hat mich nicht gesehen. Er hat mich nicht gesehen, Boys. Wir verstecken uns mal hier runter. Das ist natürlich jetzt scheiß mit dem Mantel. Oh mein Gott, Boys. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist denn das hier los? Was ist hier gerade los, Boys? Was ist hier gerade los? Das war ein Rast. Hat er instant geschossen. Okay, er hat nichts gesehen jetzt. Ich glaube, er ist low. Er ist low, Boys. Er ist low. Ich versuche, ihn jetzt mal ein bisschen abzustauben. Wollen wir hier ein bisschen die Runde skübeln. Mann, ist der. Mann hat den Fingern, Boys. Der für jeden Fall. Der für jeden Fall ist hier, Boys. Der für jeden Fall ist hier. Ich kann es schütt mir. Das ist ein Hit. Das ist ein Hit. Ich habe ihn. Ich habe ihn, Boys. Ich habe ihn. Das ist der letzte Spieler, Boys. Das ist der letzte Spieler. Egal, ob ich jetzt verliere oder ich gebe mir einen Instant-Upload, Boys. Se... Ich bin tot. Oh mein Gott, Boys. Oh mein Gott. Aber war eine mega nice Runde. Er hatte 120. Ich hatte nie über 100 HP. Okay, Boys. Wir haben ihn von Rund bekommen. Oh mein Gott. Okay, Boys. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, Junge. Was ist denn heute mit mir los? Er ist tot. Er, 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 Boys. Ich habe ihn. Ich habe ihn, Boys. Oh mein Gott, Boys. Oh mein Gott. Ich bin tot. Oh mein Gott, Boys. Oh mein Gott. Aber war eine mega nice Runde. Er hatte 120 HP. Ich hatte nie über 100 HP. Mega nice, Boys. Mega nice Runde. Leute, mega nice. Können wir gerne mal eure Meinung zu dieser Runde in die Kommentare schreiben. Lasst uns jetzt schon nochmal ein Like da für die mega nice Runde, Junge. Die, egal ob wir jetzt gewonnen haben, die war trotzdem mega nice. Und ja, falls euch die Folge gefallen hat, lasst uns wie schon gesagt jetzt nochmal ein Like in der Post und ein Abo der Leute für die geile Runde. Und ja, sonst würde ich sagen, was ist mit der Folge? Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, schreibt mir auf jeden Fall nochmal weitere Challenges in die Kommentare, falls euch noch welche einfallen. Dann gibt es wahrscheinlich in der nächsten Zeit nochmal ein paar mehr Challenges. Und ja, sonst würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Video. Ciao. Cheerio. Bye. Bis zum nächsten Mal.